In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, wie Falschinformationen behandelt werden. Falschinformationen, das heißt falsche oder irreführende Informationen, sind ein wichtiges Thema für alle Informationsanbieter. Wikipedia wird sehr oft aktualisiert. Jede Änderung muss den Standards der Neutralität und Zuverlässigkeit entsprechen. Um diese Standards einzuhalten, wurden folgende Systeme und Werkzeuge entwickelt. Ein Feed mit regelmäßig überprüften Änderungen in Echtzeit. Bots, die Fehlverhalten erkennen und Fehler rückgängig machen. Und Überwachungswerkzeuge, die erfahrene Editoren zur Prüfung kritischer Änderungen einsetzen. Das Wichtigste ist jedoch die intensive tägliche Arbeit von Freiwilligen und das Bekenntnis zur Transparenz. Sie können beispielsweise die Historie jedes Artikels von Beginn an sehen, ebenso wie Debatten über seinen Inhalt. Deshalb funktioniert dieses Korrektursystem so gut. So werden Falschinformationen behandelt. In einer Minute erklärt. Noch eine Minute Zeit? Dann sehen Sie sich weitere Folgen der Serie an.